Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von FAZ Machtprobe. Wir sind heute hier für eine Sonderfolge zusammengekommen, denn wir wollen schon mal ein bisschen eine Vorausschau wagen, denn ab 4. Mai, da erscheinen wir nicht mehr nur alle zwei Wochen, sondern jede Woche. Abwechselnd mit unserem regulären Format machen wir jede zweite Woche kurze US-Wahlfolgen. Wir haben jetzt uns gedacht, knapp ein Jahr nach dem Launch unseres Auslandspodcasts Machtprobe und ein gutes halbes Jahr vor der Wahl ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu starten. Genau, es wird auf jeden Fall eine ganze Menge zu besprechen geben und heute wollen wir eine Art Kick-off wagen, wollen kurz erklären, was wir vorhaben, aber natürlich auch inhaltlich eintauchen in das, was gerade so passiert in den USA. Wir senden dann alle zwei Wochen zwischen unseren regulären Formaten kurze Sendungen zu den US-Wahlen, jeweils vielleicht 20, 30 Minuten, laden uns da Experten ein, von außerhalb, aber natürlich auch hier aus dem Haus und zwei davon haben wir heute schon hier bei uns im Studio und das sind einmal Andreas Ross, unser Nachrichtenchef und natürlich unser ehemaliger Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger. Hallo. Hallo. Genau und zusammen mit den beiden und mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in den USA, da sind wir nämlich sehr froh drüber als FAZ, wir haben tolle Leute auch in den USA sitzen, werden wir immer wieder zur US-Wahl berichten und natürlich auch noch mit unserer Kollegin Franka Wittenbrink, deren Stimme Sie ja auch schon aus dem regulären Auslandspodcast kennen. Und dann würde ich sagen, wir legen heute direkt los. Andreas, du warst ja letztes Mal schon zu Gast, beziehungsweise vorletztes Mal warst. Nochmal für diejenigen vielleicht, die die Folge nicht gehört haben, wir hängen sie natürlich in die Shownotes. Du bist ja Experte, wenn es um die USA geht. Warum ist das denn eigentlich so? Tja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ob beim Schuljahr vor mehr als 30 Jahren in Montana, das mich irgendwie für dieses Land sehr eingenommen hat. Eine Faszination, die mich nie losgelassen hat. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung bin ich von 2013 bis 2018 als Korrespondent in Washington gewesen, habe da sozusagen zweite Amtszeit Barack Obama mitbekommen. Aber ehrlich gesagt fing es ziemlich früh an mit einer berühmten Rolltreppenfahrt, dass Donald Trump mein täglicher Begleiter wurde, jahrelang. Und bin dann hier zurückgekommen in die politische Redaktion. Und das Thema lässt mich einfach nicht los. Wenn immer ich kann, fahre ich rüber und behalte die Sachen im Blick, soweit das geht. Wie schaffst du es denn jetzt so von deiner Korrespondentenrolle? Schaffst du das, dich da komplett von zu lösen? Wahrscheinlich nicht, wenn es jetzt so um die US-Wahlen geht und wenn es darauf zugeht. Wahrscheinlich schwierig, oder? Naja, es juckt schon in den Fingern immer zu. Und ich hatte eine Zeit ganz am Anfang, da war die Entwöhnung noch schwieriger. Da hatte ich ein kleines Post-it am Bildschirm, du bist nicht mehr Korrespondent. Und mich daran zu erinnern, dass ich vielleicht ein paar andere Dinge habe, die ich lieber erledigen sollte, als doch nochmal kurz im Wall Street Journal nachzulesen, was da jetzt der neueste Stand ist. Aber natürlich sind die Vereinigten Staaten, das ist ja jetzt kein ganz abseitiges Hobby. Und insofern kann es sich ja nicht schaden, wenn wir auch hier in der Zentrale durchaus im Auge behalten, was da los ist. Und es ist ja nicht ganz wenig. Es ist nicht ganz wenig. Darauf kommen wir heute natürlich auch zu sprechen, was denn da so los ist. Klaus, du hast jetzt über 30 Jahre über Auslandsthemen berichtet. Warum wird denn diese kommende US-Wahl so wichtig, auch für andere Länder auf der Welt und auch für uns? Weil diese Wahl entscheidet nicht nur über die Zukunft der Vereinigten Staaten, das ist eine banale Aussage. Das ist noch nicht dramatisch, aber sie entscheidet auch über die nächsten Jahre mit, was auf der Welt geschieht, wie sich die Staaten zueinander verhalten, wie das Ordnungssystem der Welt ist, ob es stabilisiert wird, ob es zusammenbricht, ob es von innen her erodiert. Und wenn wir uns an die erste Trump-Amtszeit erinnern, mit ihren ganzen Disruptionen, mit dem Krawall im Inneren wie im Außen, nach außen hin steht viel auf dem Spiel, auch gerade für Deutschland, nicht zuletzt für Deutschland. Die erste Trump-Zeit war, dass deutsch-amerikanische Verhältnisse auf dem Tiefpunkt, man hatte ja geglaubt, dass unter George W. Bush das schon relativ schlecht war. Nein, das war es noch nicht, das ging noch schlechter. Trump hatte Deutschland auf dem Kicker, seine Regierung und in Sonderheit die damalige Bundeskanzlerin. Da steht einiges zu erwarten, aber vermutlich ist das, worum es wirklich geht, ob sich die amerikanische Demokratie behaupten kann, ob ihre Institutionen zusammenbrechen, ob sie an Autorität dramatisch verlieren, weil eben der oberste Führer sozusagen das so anordnet und seine treuen Wähler ihm darin folgen oder ob sie sich, wie gesagt, behauptet kann, das wäre wünschenswert. Denn um die ganz große Bühne aufzubauen, der Westen kann sich nur als Westen behaupten gegen seine Anfeindungen, wenn die Führungsmacht, als die die Vereinigten Staaten nach wie vor gelten, da mitmachen und sich nicht aus der Verantwortung verabschieden. Es geht also um wahnsinnig viel in dieser Wahl. Es ist eine ganz besondere Wahl, nicht nur in dieser Hinsicht. Es ist das erste Mal seit über 100 Jahren, dass zwei Präsidenten oder ein ehemaliger Präsident, ein aktueller Präsident gegeneinander antreten, das Rematch Trump gegen Biden. Man weiß bei beiden ziemlich genau, was man bekommt, bei sowohl Trump als auch bei beiden. Aber es ist ja nicht unbedingt das Gleiche wie beim letzten Mal. Die Stimmung im Land ist doch anders. Und darüber haben wir mit Sophia Dreisbach gesprochen. Sie ist Korrespondentin der FAZ für Nordamerika mit Sitz in Washington. Und sie hat uns mal ein bisschen was zur aktuellen Stimmung in den USA erzählt. Wie sehr die Menschen damit rechnen, aber wie müde sie auch sind, dass es genau dasselbe Szenario wiedergeben wird wie vor vier Jahren. Also sie sind eigentlich schon darauf eingestellt und haben auch ein bisschen kapituliert im Sinne von, ja, dann wird es entweder Trump oder dann wird es Biden. Das mit dem Alter finden alle ganz furchtbar. Trump ist ja jetzt nicht entscheidend jünger als Biden, bei dem ist es aber entscheidend weniger ein Thema. Und man muss sagen, dass ich das Gefühl habe, dass eine gewisse Müdigkeit bei den Leuten einkehrt, dass jetzt auch noch nicht so der Kampfesgeist da ist. Ja, Sophia berichtet, die Wähler in den USA sind müde. Die Menschen haben keine Lust auf dieses Rematch. Und ich frage mich so ein bisschen, wem spielt das denn jetzt in die Hände? Also Trump oder Biden? Weil beide sind ja darauf angewiesen, ihre Leute zu mobilisieren. Und wenn keiner Lust hat, zur Wahl zu gehen? Ich würde denken, dass es Trump nützt in erster Linie. Denn die Amerikaner sprechen auch von Trump-Fatigue, um diese Müdigkeit zu benennen. Das ist ein Phänomen, über den gibt es so viel zu sagen, um es mal ganz neutral zu formulieren. Er ist so besonders, so speziell. Wer hat denn noch den Überblick über seine Gerichtsverfahren? 91 Straftatbestände in vier Strafverfahren, dazu mehrere Zivilverfahren. Und alles spielt sich irgendwie gleichzeitig ab. Wer hat denn noch den Überblick über seine infarmsten Äußerungen? Wer weiß denn noch, wen der jeden Tag auf Social Media irgendwie persönlich beleidigt und so? Also da passieren ja täglich sieben Dinge, wo früher eines davon gereicht hätte, um einen kompletten Präsidentenwahlkampf zu prägen. Ja, eine winzige Entgleisung. Ein Versprecher konnte monatelang Gesprächsstoff sein. Das funktioniert für Trump, weil es sich auf eine ganz bizarre Art, wo auch, glaube ich, die Journalisten, weder wir hier noch die amerikanischen Kollegen, schon so ganz verstanden haben, wie man damit umgeht, weil sich das irgendwie so cancelt gegenseitig. Wen soll ich denn jetzt mit einer Enthüllungsgeschichte interessieren, wo rauskommt, Trump ist ein Rassist? Oder Trump schätzt vielleicht das westliche Bündnis nicht wert? Wen soll denn das noch interessieren? Wen kann ich damit noch hinterm Ofen hervorlocken? Und die Verzweiflung darüber war, als ich kürzlich in Washington mit demokratischen Campaign Strategists geredet habe, denen wirklich ins Gesicht geschrieben, die Leute scheinen vergessen zu haben. Ihr habt eben gesagt, ja, es ist eine eigentlich full Transparency-Wahl. Ja, beide Präsidenten wurden schon vier Jahre ausprobiert. Stell dir vor, du willst ein Auto kaufen, kannst zwei Autos vier Monate lang Probe fahren. Danach weißt du alles. Danach kannst du dich entscheiden. Eigentlich könnten die Amerikaner das. Und in beiden Lager herrscht so die Panik, dass die Leute schlicht vergessen haben, wie sehr sie es gehasst haben, in einem Trump-Land zu leben. Diejenigen, die es gehasst haben natürlich nur. Hass oder Müdigkeit, was Trump anbelangt. Trump hatte 2016 rund 63 Millionen Wählerstimmen bekommen. 63 Millionen gegen Hillary Clinton. Vier Jahre später, also vier Jahre nach einschlägigen Erfahrungen mit eben diesem Präsidenten. Und Andreas hat das ja bei anderer Stelle mehrfach in der Zeitung erwähnt und darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, hat er sieben Millionen mehr bekommen. Also ich würde jetzt mich hüten, großartige Prognosen. Elf waren es. Bitte? Elf Millionen mehr. 63 auf 74. 15 Millionen hat Joe Biden vorhiel. Genau. Joe Biden hat sieben Millionen mehr als Trump gehabt. So was. Elf Millionen. Würde man sagen, spektakuläre Zahl. Also von wegen, nach vier Jahren Trump-Erfahrung mit allen seinen Eskapaden. Okay, aber lass mich eine optimistischere Zukunftsversion dem entgegensetzen. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Und da stand drin, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Trump gewinnt, einfach aufgrund der demografischen Entwicklung in den USA. Also wenn man sich anguckt, wie sich die Wählerschaft entwickelt hat, dann sind in den letzten acht Jahren ungefähr 20 Millionen ältere Wähler in den USA verstorben. Und ungefähr 32 Millionen junge Amerikanerinnen und Amerikaner haben das Wahlalter erreicht. Und das sind ja tendenziell Menschen, denen Dinge am Herzen liegen, die eher von den Demokraten vertreten werden. Das sind nicht unbedingt Biden-Fans natürlich, aber denen liegen Dinge am Herz wie Abtreibung und Frauenrechte, Demokratie, Umweltschutz, alles Dinge, die die Republikaner nicht gerade bespielen. Und gleichzeitig ist eben die republikanische Partei älter geworden, sie ist kleiner geworden. Und Trump ist ja jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass er Brücken baut und irgendwie neue Leute für sich gewinnen kann. Seht ihr das gar nicht, diesen Faktor? Die jungen Wähler haben die Wahl zwischen zwei roundabout 80-Jährigen. Wie viele von denen gehen zur Wahl? Wie viele von denen sind begeisternd und sagen, Joe Biden, ich weiß nicht, ob er es morgen noch bis zum Podium schafft von der Tür, aber er wird für mich die Welt retten. Wer glaubt denn das? Ja, aber es geht ja auch um den Kontrast zwischen Biden und Trump, oder? Und da sind wir eben wieder bei der Müdigkeit, wo die ganz große Gefahr besteht, dass die Leute sagen, Pest und Cholera, ich bleibe zu Hause. Die Couch ist Bidens größter. Aber es ist nicht nur, Andreas, es ist nicht nur die Müdigkeit, wenn es denn die tatsächlich gibt. Es ist vor allem auch sozusagen die Wahlorganisation, wo sind die Staaten, auf die es darauf ankommt. Also wenn ein Großteil der jungen Leute, die jetzt hinzugekommen sind, als potenzielle Wähler, von denen gehen viele überhaupt nicht zur Wahl. Wenn die in Kalifornien sitzen, ein Staat, der so sicher demokratisch wählt, wie mein Staat, in dem ich vor vielen Jahren mal an der Universität ein paar Monate verbracht habe, Mississippi republikanisch wählt, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Dann ist das vollkommen gleichgültig. Man könnte sogar sagen, das sind vergeudete Stimmen. Es ist nach wie vor, das ist eine Binsenwahrheit der amerikanischen Wahl, des amerikanischen Wahlsystems. Es kommt auf die sechs, sieben sogenannten Battleground States an, die Schlachtfeldstaaten, die die Wahl entscheiden. Und da kommt es darauf an, Wählerwanderung, wen mobilisiere ich aus dem eigenen Lager, wer kommt hinzu. Es gibt das tatsächlich, das Phänomen, dann der Auswanderung in andere Staaten, der Einwanderung, wo kommen die her, sind die Staaten relativ stabil, homogen usw. Aber dass man sagen kann, weil es so viele Junge gibt, dann ist das ein Plus für Joe Biden. So einfach wird man das nicht sagen können. Und von wegen Trumps Vermögen, jenseits der Hardcore-Fanatiker fischen zu gehen, mehr Latino-Wähler, als man denkt, wählen Trump. Das ist mittlerweile ein gutes Drittel. Das war das letzte Mal so. Der ist einfach lustiger. Der ist lustiger. Unterhaltsamer. Das wird wahrscheinlich sogar viel mehr werden. Evangelikale Latino-Wähler, also Werte, Familie usw. spielen eine Rolle. Aber es ist nicht so, dass das alles so eins zu eins ins eine oder andere Lager ginge. Trotzdem nichts gegen Optimismus. Trump hat die Wahl noch lange nicht gewonnen. Ja gut, also du sagst jetzt, beziehungsweise wir haben jetzt gesagt, Bidens größter Feind ist die Couch. Und du hast eben gesagt, die Leute haben es eigentlich gehasst, in einem Trump-Land zu leben. Außer die, die es geliebt haben. Ja, aber wir haben über die letzten Wahlen auch nochmal gesprochen mit unserem Korrespondenten in Washington, Majid Sattar. Der hat die ja 2020 auch mit begleitet. Der größte offensichtliche Unterschied ist natürlich, dass es diesmal keine Pandemie gibt. Das hat ja damals den Wahlkampf ganz besonders beeinflusst. Also sozusagen auf praktischer Ebene. Dadurch, dass es längere Zeit keine Großkundgebungen gab. Trump hat dann irgendwann die gesundheitlichen Risiken beiseite geschoben und hat trotzdem Großkundgebungen veranstaltet. Das war sozusagen die praktische Ebene. Aber politisch muss man natürlich sagen, war die Pandemie das, was am Ende Trump politisch das Genick gebrochen hat. Die Wirtschaft brach ein und seine Erfolgsbilanz, die ihn mutmaßlich eine zweite Amtszeit beschert hätte, die floss dahin. Und das war sozusagen die Voraussetzung dafür, dass Biden gewinnen konnte. Gut, also Majid sagt jetzt, die Wirtschaft wäre das gewesen oder seine Erfolgsbilanz wäre das gewesen, was ihm mutmaßlich eine zweite Amtszeit beschert hätte. Was sagt ihr? War der Einbruch der Wirtschaft pandemiebedingt dann eben auch dieser ausschlaggebende Grund, warum Trump die letzte Wahl verloren hat? Ach, ich halte nicht so viel davon, einen Grund zu suchen. Wenn, wie viele waren es jetzt in der Summe, 140 Millionen Menschen eine Stimme abgeben, dann haben die halt nicht, dann haben die mehr als einen Grund. Natürlich hätte es Trump geholfen, wenn nicht die Pandemie gewesen wäre. Aber natürlich gab es auch eine riesige Empörung in einem gespaltenen Land, in dem die aller, 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 allermeisten Menschen schon Monate, wenn nicht also sogar vor Pandemieausbruch, vorher wissen, wen sie wählen werden, wo das überhaupt keine Frage ist. Wir dürfen uns nicht ein Land voller Wechselwähler vorstellen. Am Ende geben ein paar Wechselwähler eben unter Umständen doch den Ausschlag. Und da wird es schon eine Rolle gespielt haben, was die Leute beim Blick aufs Bankkonto gesehen haben. Aber jetzt im Nachhinein zu sagen, wenn das anders gewesen wäre, hätte der andere die Wahl gewonnen, finde ich schwierig. Heute steht mal fest, dass Trump in vielen Köpfen verankern konnte. Wirtschaftlich war das eine gute Zeit. Und sozusagen für die Pandemie kann er ja nichts, stimme ich zu, kann er nichts, für das Pandemiemanagement konnte er viel. Aber die Wirtschaft lag eher, also sozusagen, da war Amerika ja nicht allein. Das hindert dieselben Leute aber nicht daran, was weiß ich, Joe Biden, den Ukraine-Krieg, den Nahostkrieg und alles andere Unbilde auf der Welt zuzuschieben, die jetzt vielleicht nicht naturkatastrophenhaft wie die Pandemie über uns gekommen sind, aber wo man jetzt auch nicht wird ernsthaft sagen können, das hat, das sozusagen geht eins zu eins aus einer Politik von Joe Biden hervor. An der Stelle, naja, pickt sich natürlich jeder das heraus, was ihm passt. Und was sagt die Demoskopie heute? Die Demoskopie sagt, dass viele Wähler unzufrieden mit der Wirtschaftslage sind. Die Daten sind objektiv gut. Hohes Wachstum, vergleichbar hohes Wachstum für ein westliches Land. Arbeitslosigkeit ist unter vier, teils sogar unter drei Prozent auch sehr gut. Die Daten, die Makrodaten sind gut und viele Wähler, das hat man jetzt bei einigen Zwischenwahlen gesehen, Nachwahlen, sagen Maulen über die Wirtschaft, sind unzufrieden, geben, wie Andreas sagte gerade, der beiden Regierungen die Schuld an der hohen Inflation. Das hat natürlich viele, das wissen wir. Aber Wirtschaft wird jetzt noch nicht als Plus gewertet für die Demokraten. Und es gibt in der beiden Wahlkampforganisationen viele Leute, die unzufrieden sind mit der eigenen Kommunikation, mit der eigenen Außendarstellung, dass es eben nicht geschafft wird. Die guten Daten und für viele sind sie wirklich gut mit der Leistung, also quasi als Bonus, dann später mal zu verbuchen. Genau, das ist einfach nichts, womit Biden gerade punkten kann im aktuellen Wahlkampf. Darüber habe ich auch nochmal mit Roland Lindner gesprochen, der ist unser Wirtschaftskorrespondent in New York. Auch wenn die wirtschaftliche Lage objektiv gut aussieht, schaffen es die Republikaner eben doch, es so darzustellen, als ob es nicht so wäre. Und was natürlich schon immer noch der Fall ist, auch wenn die Inflation nachgelassen hat, gerade so bei diesen ganzen Sachen des täglichen Bedarfs, wenn die Amerikaner in den Supermarkt gehen, haben sie natürlich immer noch das Gefühl, dass alles deutlich teurer ist als zum Beispiel vor vier Jahren. Und das stimmt schon. Insofern gibt es doch so ein Gefühl, auch wenn es nicht so hundertprozentig zu rechtfertigen ist, dass die Lage eben nicht so rosig ist und das nutzen die Republikaner eben aus. Ja, die Republikaner nutzen dieses Gefühl aus, dass die Preise eben doch gestiegen sind für den täglichen Bedarf. Wie sieht es denn aus bei den Republikanern? Also hat sich die Partei wirklich mittlerweile geschlossen hinter Trump versammelt? Stehen die Republikaner geschlossen hinter Trump? Ach, was ist die Partei? Ja, also es gibt eigentlich kein nennenswertes Störfeuer gegen Trump. Er hat die Parteiorganisation auf Linie gebracht, also bis hin zum Umstand, dass seine Schwiegertochter da jetzt als stellvertretende Chefin ist. Ronna McDaniel, die frühere Vorsitzende. Man muss sich das so ein bisschen wie Bundesgeschäftsführer vorstellen. Das sind eher Organisationsmenschen, die versuchen, das Geld an den richtigen Stellen auszugeben. Ronna McDaniel hatte Trump selbst mal installiert. Damals hieß sie noch Ronna McDaniel Romney, weil sie die Nichte des früheren Präsidentschaftskandidaten Romney ist. Trump hatte von ihr verlangt, den Namen zu ändern. Und Romney mochte er nicht. Das hat sie getan, war dann aber auch nicht mehr gut genug, weil sie, was hatte sie sich zu Schulden kommen lassen? Sie hatte gesagt, im Vorwahlkampf sei es ihre Aufgabe, neutral zu sein. Selbstverständlich war es ihre Aufgabe, neutral zu sein. Aber Neutralität ist nicht Loyalität. Sie musste gehen. Jetzt sitzt da so ein Kampagnen-Stratege von Trump mit seiner Schwiegertochter. Also von der Seite droht eher keine Gefahr. Sind jetzt irgendwie alle potenziellen Republikanerwähler im Land hinter Trump? Nein. Da sind wir wieder bei der alten Frage, wer ist das kleinere Übel? Es gibt große Begeisterung im harten Kern für Trump. Es gibt Leute, die sagen, jetzt regt euch mal ab. Für Schlimmer ist es doch alles gar nicht geworden. Und wird es auch diesmal nicht werden. Und dann gibt es Leute, die wirklich Biden nicht mehr wollen, die sich aber eigentlich nicht vorstellen, Trump zu wählen. Und die selber noch nicht wissen, wie sie sich dann entscheiden werden. Wie sieht es denn aus mit den Unterstützern von Nikki Haley mittlerweile? Haben die sich klar positioniert? Naja, ein Teil wird Trump wählen. Ein Teil wird vielleicht überlegen, mit schweren Herzens für den demokratischen Präsidenten zu werden. Ein Teil wird nicht zur Wahl gehen. Das ist nicht klar. Aber ich würde schon unterm Strich sagen, Trump hat sich grosso modo die Partei unterworfen. Absolut. Die Partei folgte in großen Zügen. Ein Teil der innenparteilichen Dissidenten wurden rausgeekelt. Die Partei wurde gesäubert. Hat die Liz Cheney, die Tochter des früheren Vizepräsidenten, zu spüren bekommen. Solche Leute wurden in Vorwahlen rausgekegelt. Im Kongress geben Krakeler, vor allem im Repräsentantenhaus, Krakeler den Ton an. Es gibt nach wie vor die alten, traditionellen, konservativen Republikanern. Aber es gibt eben eine ganze Menge, die Trumpisten sind. Vielleicht sind das gar nicht so viele, die so öffentlich auftreten im Wahlvolk schon. Aber wenn es darauf ankommt, haben sie Angst vor Trump und seiner Rache, die er üben kann. Es gibt ja vor allen Dingen ein Thema, um das sich die Republikaner versammeln, mit dem sie mobilisieren. Und das ist das Thema Migration. Da haben wir auch nochmal drüber gesprochen mit unserer Korrespondentin Sophia Dreisbach. Wie sehr das verfängt. Egal wo man gerade ist, da muss man gar nicht in großen Städten sein. Da muss man auch nicht unten in Texas oder Arizona an der Grenze sein, sondern in Iowa zum Beispiel, wo ich jetzt gerade war, in Midwest, sind die Leute voller Sorge, glauben alles, was Trump sagt über diese angebliche Invasion und so weiter. Also offenbar kommt seine Botschaft bei genau den Leuten an, bei denen sie ankommen soll. Das ist aber jetzt ja auch nichts Neues, oder? Dass genau die Botschaft von Trump da ankommt, wo sie ankommen soll. Das hat er ja irgendwie scheinbar in den vergangenen Jahren auch irgendwo perfektioniert. Kann man das so sagen? Ja, das ist genau seine Botschaft, mit der er schon 2016, 2015 und dann als der Vorwahlkampf so langsam losging, sich Gehör verschafft hatte und Nebenbuhler, Mitbewerber sozusagen von der Bühne gekickt hatte. 2016 war das ein Gewinnerthema und man muss natürlich auch jetzt sagen, dass die Zahlen, die in den letzten zwei, drei Jahren an Migranten, legaler und vor allem illegaler Migranten gekommen sind, sind natürlich spektakulär hoch. Also das ist so. Und dass da Amerikaner, die, und vor allem die, die so einen Hauf von Ressentiment verspüren, die tatsächlich glauben, dass ihr Land hispanisiert werde, die Diskussion kommt uns hier nicht ganz unbekannt vor, auch was in unserem Land sozusagen die Debatte ist, in Frankreich, in England, ich sage bewusst England, das ist nicht ganz neu, dass das sozusagen popularisiert wird und auch in demokratischen Milieus zunehmend Gehör findet, dass das nicht so irgendwie weitergehen kann, dass das eine Art von Steuerung, Kontrolle, Verringerung bedarf, ist klar. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht. A, dass es so gut bei der Basis und nicht nur bei der Hardcore-Basis ankommt und B, dass das hochgejatzt wird, so gut das geht. Und wir werden noch ganz andere Dinge erleben bis zum Wahltag. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, Andreas, wie wir Journalisten über Trump berichten, dass man immer gucken muss, welche Story von ihm nimmt man jetzt und sendet man oder welche Story von ihm erscheint in der Zeitung. Da hat man in den vergangenen Jahren wohl auch was dazugelernt, zumindest was die jetzt erstmal US-amerikanischen Qualitätsmedien angeht, weil man da stärker auf die tatsächlichen Pläne schaut und auch die Strukturen und Interessen dahinter. Das meint zumindest unsere Feuilleton-Korrespondentin Frauke Steffens. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so eine Tendenz, sich sehr stark kurzfristig mit Sachen aufzuhalten und an Sachen abzuarbeiten, zum Beispiel an dieser Debatte über das Alter von Joe Biden, wo es ja jetzt auch Kritik gegeben hat, insbesondere an der New York Times, dass man sich doch besser darauf konzentrieren sollte, was Trump tatsächlich plant und weniger darauf, was der andere Kandidat oder der bisherige Präsident unter Umständen noch für Gesundheitsprobleme haben könnte. Aber man muss eben immer weiter dazulernen in dem Sinne, dass man sich immer wieder konzentrieren muss auf die Strukturen und Interessen, die dahinter stehen und weniger auf diese kurzfristigen, spektakulären Boulevardesken-Debatten. Und das sagt sich natürlich leichter, wenn man ein ausländischer Beobachter ist und es im Sinne der amerikanischen Meinungsbildung nicht wirklich auf uns ankommt. Haben wir das hier bei uns besser gemacht? Konnten wir das besser machen, weil wir einfach eben diese ausländische Beobachter sind? Es gibt schon ein paar Dinge, die einfacher gewesen sind. Mein Eindruck ist, zum Beispiel habe ich gerade in Florida eine lange Recherche unternommen unter wirklich Hardcore-Magerleuten und er sagte mir dann ziemlich früh, dieser Mensch, mit dem ich da sprach, normalerweise, wenn du hier von einer hiesigen Zeitung wärst, würde ich jetzt unser ganzes Gespräch selber filmen und so, aber am Ende ist es ja egal, was du machst. Also so eine gewisse Ungeschütztheit oder auch, dass Leute überhaupt noch mit uns reden, wo sie schon mit der New York Times nicht mehr sprechen würden. Das ist das eine. Zu dem, was Frauke gerade sagt, ich finde das ja auch eine schwierige Debatte, die da die New York Times führt. Also das, weil Trump ein so irrer Typ ist und man so viel Anlass hat, über dessen Projekte zu sprechen, plötzlich das Alter von Joe Biden kein gutes Thema mehr wäre für die New York Times, ist der Gedanke, der für mich in ein Kampagnenbüro gehört, aber nicht in die Redaktion einer großen Zeitung. Also einige dieser Kulturkämpfe, die da ausgefochten werden, die finde ich schon sehr bedenklich. Das geht zurück auf das Trauma von 2016. Hillary Clinton wird nicht müde zu behaupten, sie habe, Klammer auf, auch, Klammer zu, verloren, weil Medien wie die New York Times ihre E-Mail-Affäre, also sie hatte als Außenministerin über einen privaten Mail-Server kommuniziert, was vielleicht nicht sicherheitsmäßig gut war und außerdem weiß man nicht, also war es sozusagen dann nicht öffentlich. Und diese Affäre sei so groß gemacht worden wie alle Trump-Affären zusammen, in der Wahrnehmung von Clinton, in der Wahrnehmung vieler erschütterter New York Times-Leser nach dem Sieg von Donald Trump im November 2016. Den Fehler wollen die wiederholen? Ich bin mir nicht so sicher, ob sie die Lektionen alle gelernt haben, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass die Lektion für eine große Zeitung in einer Zeit, wo die Medien an Vertrauen verlieren und wo ein Hauptproblem der Amerikaner ja ist, dass einfach ganz viele Leute, also dass keine, die zwei Hälften des Landes nicht mehr ein und derselben Quelle irgendetwas abnehmen, dass die Antwort darauf sein kann, lasst uns doch lieber über Trumps Probleme reden als über Bidens Probleme. Also unsere Antwort ist das sicherlich nicht. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die schiere Masse der Trump-Aufreger einen einfach überwältigt. Beispiel aus dieser, aus der jüngsten Vergangenheit, dann hatte also Trump auf einer Wahlkundgebung, wo er, ist ja auch einfach schwer den Zusammenhang festzustellen, manchmal, wenn er spricht, da war er irgendwie ohne Teleprompter unterwegs. Es ging irgendwie so grob um die Autoindustrie, aber auch irgendwie um China und Mexiko. Gut, das hängt ja auch alles zusammen. Und dann sagte Trump, Mensch, wenn ihr mich nicht wählt und so, dann wird es, ja, es wird ein Blutbad geben. Es wird ein Blutbad geben. Und später sagte er dann noch, wenn ihr mich nicht wählt, dann weiß ich gar nicht, ob ihr jemals noch eine Wahl bekommen könnt, weil wir wissen ja alle, Biden ist der, der die Demokratie abschaffen will, nicht etwa Trump. Richtig? So, und dann kann man sich jetzt überlegen, macht man jetzt also die große Nachricht, Trump kündigt Blutwahl für Fall seiner Niederlage an. Er hat es ja gesagt. Wenn man ihn lange beobachtet hat, weiß man aber auch, dass er in dem Fall einfach sich sehr trumpisch geäußert hat und wahrscheinlich meinte, es gibt einen Massaker in der Autoindustrie, also ihr werdet Jobs verlieren. So, normalisiere ich jetzt Trump, wenn ich sage, ich nehme das nicht ernst, weil eigentlich hat er nur auf seine Weise gesagt, Leute, ich bin gut für die Autoindustrie. Normalisiere ich ihn dann? Oder mache ich den ganz großen Aufreger mit, den die Biden-Kampagne macht? Trump kündigt Blutvergießen an, wenn er diesen Mann will. So, das ist ein kleiner Satz gewesen. Einer von, also sowas kriegen wir jetzt noch 10.000 Mal. Der ja dann in einen anderen Kontext aufgesetzt wird irgendwo, ne? Ja, wobei, also man kann das schon so und so lesen. Die Frage ist sozusagen, wenn ich jedes Mal drauf springe, wenn ich jedes Mal sage, jetzt hat er endgültig, jetzt hat er endgültig den Bürgerkrieg angekündigt. Wer Trump wählt, wählt Bürgerkrieg. Wer hört mir dann noch zu, wenn ich wirklich die Geschichte habe, wo ich weiß, dass er sich mit Leuten verbündet, die sich schon überlegen, wie sie ihre halbautomatischen Gewehre einsetzen können für den Fall, wer hört da noch zu? Aber wenn du das vergleichst für die FAZ, für uns, wie machen wir das? Also, machen wir es sowieso natürlich alles super, aber wenn du das jetzt so mit der letzten Wahl vergleichst oder den letzten Trump-Jahren, sagen wir mal so, machen wir das jetzt auch anders? Springen wir auch weniger über jedes Stöckchen, das er uns hinhält? Vielleicht beantwortet Klaus mal, der die Zeitung etwas mehr von, ein bisschen mehr von außen sieht inzwischen. Ja, ich würde, naja, so von außen sehe ich das nicht. Andreas, mein Herz schlägt schon und mein intellektueller Verstand schlägt auch schon und im Synchronen mit der Zeitung. Nein, ich finde, wir machen das abgewogen. Ich würde auch sagen, Andreas hat recht, man kann nicht so ein Gegenstand wie das Alter der beiden Präsidentschaftskandidaten sagen, das spiele keine Rolle. Dann die zweite Frage ist ja, haben die Amerikaner keine jüngeren Leute? Also spielt Alter offenbar eine Rolle. Und wenn der Präsident manchmal tabrig ist, wenn er manchmal Sachen vergisst, und das hat er neulich in einem Bericht, wo das ja sogar gesagt, das könnte eine Rolle spielen für das Vorkommnis, dass man Geheimdienstunterlagen irgendwie mitgehen lässt. Man muss es abgewogen machen, man muss sozusagen die Phänomene auf der Bühne hinterfragen, durch andere Sachen, amerikanische politische Kultur, Veränderungen im Land, Interessen, das muss man alles gut recherchieren, vernünftig aufarbeiten und dem Leser vermitteln, was ist in diesem Land los, was ist in den letzten Jahren passiert, was, welches Angebot bieten die Parteien den Wählern und was bedeutet das in dem einem oder anderen Fall für uns. Und ich glaube, ich fühle mich ausgewogen, in der Regel gut und aktuell informiert und die Darstellung des Landes ist, finde ich, umfassend und zutreffend. Und analytisch oft tiefgreifend. Ich würde nur ein Beispiel nennen, was wir damals 2016 gemacht haben. Und Andreas Ross war, hätte ich fast gesagt, beispielhaft. In Deutschland, in der deutschen Politik, in der deutschen Journalie war ja relativ klar, dass Hillary Clinton diese Wahl gewinnen würde. Das negative Gepäck, das Hillary Clinton trug, das hat auch was mit Charakter zu tun übrigens, und der Anziehungskraft bei den Wählern wurde nicht beachtet. Und wir dachten damals schon, in dem Land passiert was. Spätestens als klar war, dass Donald Trump republikanischer Kandidat sein würde und wie er das gemacht hat, wie er ein nach dem anderen quasi vernichtet hat, gedemütigt hat auf der Republikanenzeit. Das ist doch was im Land. Ich selbst war in Wisconsin zu der Zeit mal und da sagten wir, gut, konservative Republikaner aus dem Mittelwesten, den Typ wollen wir nicht. Der ist furchtbar. Aber wir wählen natürlich, weil er verhindert, wenn er dann gewählt würde, dass Hillary Clinton den Supreme Court nach ihren Gunsten ausstatten kann. Aber wir hatten gedacht, im Land ist so diese populistische Strömung. Das hat man vielleicht mehr gefühlt, mehr geahnt, als damals sozusagen das analytische Werkzeug gehabt, um der Richter zu bohren. Haben wir aber gemacht. Wir beide waren am Ende, das spricht vor allem für Andreas journalistisches Gespür, Das kann anders ausgehen. Wir haben nicht gesagt, das wird anders ausgehen, aber das kann sehr wohl anders ausgehen. Und ein Sieg für Hillary Clinton steht überhaupt nicht fest. Das kann genau das Gegenteil passieren. Und sozusagen mit dieser Vorarbeit sozusagen geht die Zeitung in diese Wahl rein und wird sie auch die letzten Monate bestreiten. Und dann werden die Leute, glaube ich, gut informiert sein, wenn es dann so oder so kommt. Aber auf alle Fälle ist das notwendig, dass man breit berichtet und nicht sich selbst irgendwelche Schreib-, Podcast- oder sonstige Verbote auflegt. Vielleicht können wir es noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen. Weil ich glaube, wenn jemand unsere Berichterstattung sieht und unsere Podcasts hört, kann schon der Eindruck entstehen, wir sind gegen Trump. Nicht, dass das meine Position ist, aber was würdet ihr solchen Leuten erwidern? Die Kritik, die Warnungen vor Trump, dass das nicht wahrgenommen wird, als wir positionieren uns für die eine oder andere Seite. Wir positionieren uns ja für eine Seite. Wir schreiben ja Kommentare. Wir geben hier im Podcast ja auch Meinungen ab, die als Meinungen erkennbar sind. Und wir haben als Deutsche in Zeiten des Ukraine-Kriegs, aber auch als Vertreter der liberalen Weltordnung, sehr viele, sehr triftige, gute Gründe, sehr zu hoffen, dass Joe Biden Präsident der Vereinigten Staaten bleibt, wenn die Alternative Donald Trump lautet. Aber das ist eine inhaltliche Positionierung. Das heißt nicht, naja, es geht ja nicht um die Haarfarbe. Das heißt nicht, dass wir alles an Joe Biden toll finden. Es ist ein binäres System. Es ist er oder er. Und da haben wir eine Meinung. Die FAZ ist eine Zeitung mit einer Haltung. Mir ist wichtig, dass wir deshalb nicht anfangen, über Fehlerchen von Joe Biden hinweg zu sehen oder irgendwie ihn mit Samthandschuhen anzufassen, dass wir den Leuten eine Meinung geben. Und auch, es gibt diesen schönen Satz, auch Hypochonder werden krank. Ja, auch ein Trump, der oft lügt, spricht auch viel Wahres aus. Er hat auch einen Punkt, sonst würde das ja auch alles nicht funktionieren, wenn es kein Problem jemals gegeben hätte mit der internationalen Arbeitsteilung mit China. Wenn es kein Problem an der amerikanischen Südgrenze geben, Klaus Frankenberger hat es eben ausführlich beschrieben, dann könnte der Trump damit auch nicht so weit kommen. Und es gibt viele, viele weitere Dinge. Aber das ist wichtig in der Berichterstattung. Ich mache es von mir aus einem Fehler von mir plastisch. Ja, auch wieder vor vier Jahren. Kurz vor der Wahl kommt dann diese Geschichte, dass ein fast blinder Computertechniker in Delaware einen Laptop, der zur Reparatur abgegeben wurde, aber nie abgeholt wurde, angeguckt hat. Und der sei vom Sohn von Joe Biden Hunter gewesen. Und darauf seien leider lauter inkriminierende E-Mails. Ich habe keine Sekunde für möglich gehalten, dass das stimmt. Inzwischen weiß ich, es stimmte. Ja, diese Geschichte kam über Rudy Giuliani, den feurigsten, verlogensten Trump-Anhänger, ans Licht. Ich sage keine, aber ich hätte das so nicht entscheiden sollen. Wir hätten darüber, wir hätten da auch darüber irgendwie angeblich sowieso berichten sollen. Ich glaube, zu einem gewissen Grad haben wir das auch noch. Auch nicht. Wahrscheinlich war die Zeitung sogar besser, als ich das im Kopf habe. Aber ich für mich war mir sicher Bullshit. Bullshit. Kommt raus. Kommt raus. Ist kein Bullshit. Also nur, weil wir ziemlich klar wissen, wer hier die Gefahr für die Demokratie ist, wer die Gefahr für den freien Westen ist, heißt das nicht, dass diese Person alles richtig macht und die andere Person alles falsch machen. Und unser Ziel ist es, die Leser zu informieren, so wie wir auch nicht aufhören werden, hinzugehen zu den begeisterten Trump-Wählern. Und die ohne Verachtung, ich muss sagen, ich habe wirklich viele nette Stunden mit vielen von denen verbracht, in Wohnzimmern, auf Kirchenbänken und sonst wo und bin sehr gerne bereit, mir deren Gründe anzuhören. Und die muss ich ja nicht alle teilen, aber das kann ich mir ja erst mal anhören. Da muss ich nicht als Deutscher hingehen und sagen, du bist doof, weil du trägst eine Waffe, du bist doof, weil du bist gegen Abtreibung und du bist doof, weil du Donald Trump wählst. Das ist nicht der Spirit, mit dem wir aus Amerika berichten. Ich habe einen sehr interessanten Satz gelesen letztens. Dummheit ist analytisch einfach keine interessante Erklärung. Und genau, wenn Sie das auch so sehen, dann schalten Sie doch ein ab dem 4. Mai, wenn Sie informiert werden wollen, wenn Sie verstehen wollen, was in den USA los ist. Ab dem 4. Mai geht es hier los, alle zwei Wochen, immer abwechselnd mit unserem regulären Programm hier bei FAZ Machtprobe. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns hat es sehr viel Spaß gemacht, Ihnen hat es Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer und wie Felix schon gesagt hat, schalten Sie uns gerne ein ab 4. Mai jede Woche FAZ Machtprobe. Danke für heute, fürs Zuhören, danke an euch, dass ihr da wart und eure Einschätzungen und diese tiefen Einblicke auch in unsere Arbeit geteilt habt. Danke euch. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020